Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Harold Halibut. Ja, in der letzten Folge haben wir ja das Schiff nochmal erkundet, um zu gucken, ob wir irgendwo Coco finden. Für den Käpt'n haben Fischi seine Medikamente gegeben. Ja, ich weiß, wir hätten vielleicht einen Hormontest vorher machen sollen oder beziehungsweise nochmal eine Blutentnahme, was wir nicht gemacht haben. Dementsprechend gab es eine allergische Reaktion. Die Frau Doktor-Professor hat schnell genug reagiert. Und Fischi lebt. Und Fischi lebt von Fischi, oder Heaktivation Potenzial. Uh, Professor? Ja, Harold, ja? Diese glowing Partikles habe ich aus Fischi's skinnendet werden nicht so spektakulär, aber sie haben ihre eigene Art von Fischi, sehen Sie? Please, slow down. Ich sehe nicht alle. Du wirst, wenn Sie sie unter einem Mikrospekt. Sie sehen, dass sie ein innerer Licht geben, und seitdem ich bin, sind es nicht so dimmed. So, sie sind sie eine Licht-Source? Mehr als das. Sie vielleicht sind unsere Miracle, unsere nur hope für relaunching auf Zeit. Oh, so sie sind sie eine Power-Source? Quite so. Licht ist eine Energie, so ich habe mir gedacht, dass sie auf unsere Bacteria-Cultures testen. Watch das. Look, when the particles interact, the cultures undergo massive mitosis and give off enough radiation. Ah, it's growing. It's going to outgrow the dish. What if it never stops growing? Ha, not to worry, it does. And you can, uh, discourage the growth, like so. Ah. Okay, that's very cool, but isn't it dangerous? Only if someone much less meticulous than I tried the same little experiment wrong. Ha, yes, you'd be chasing down rogue bacteria for hours. So keep this to yourself for now. You don't have to ask me twice. So, the particles clearly have fantastic proportional kinetics potential at even a moderate temperature. And crucially, their rate of radiation is highly regulated. Now we need to know more. Okay, well, soon as Fischi is awake again, I'll ask. See that you do. Now, let's get over to the arcades. We don't want to miss the new start procedure presentation. Welche Präsentation? What's up? Assembled for Dorans. It is my almost incalculable pleasure to introduce these two demonstrations today. Each will explore a different potential relaunch procedure in model form, giving you all a realistic look at the science behind it all. Not that it will affect our decision on which to prioritize in any way, but please do cheer for your favorite. Without further ado, please welcome Cyrus, Soleil, and his representative computer model simulation of the factors involved in a relaunch to the stage. Okay, hi, everyone. Thanks for coming, I mean, to watch this presentation. There's a lot of science, so I thought I'd just show you the computer model. So here it goes. See you next time. Das ist nicht supposed to... Aber, du siehst, in eine Weise, das zeigt die wichtigste Angelegenheit. Und mit nur ein paar Kalibrations, ich bin sicher... Das ist genug, Cyrus, danke. Er macht doch bloß Sinn aufs Unternehmer, oder? Bitte seht ihr das Zukunft der Fedora. Ein Planungsplan nicht nur für die Stärken, sondern für die Superstars, die ihr alle seid. Die nächste Präsentation wird von der Schlippmeyer-Foundation gebracht. Sie setzt in die Hoffnung in die Menschheit für die Hoffnung. In partnership with Allwatercorp, making life flow. Und sponsored by Slippi's Winter Sports Goods. Chill times all year round. The Fedora. Our home. Trapped. Together. All of us. Underwater. But no more. It's time we grabbed Destiny with both hands and say, Destiny, meet Project Flow and Go. We begin by rolling up our sleeves for some good old fashioned hard work. Starting with making the Fedora whole again. Once we're back in one piece, and good as new, apart from a few seaweed stains and a little rust, we'll utilize the awesome power of Slippi's patented Aircon technology to freeze the ocean water around the base of the Fedora. Why? Well, did you know ice is 9% denser than water? That's what makes those ice cubes float on the top of your soda. Are you catching on? Here comes the kicker. The giant ice flow. Attached to the Fedora will rise up from the depths and help us go back into the atmosphere. Once we're airborne again, we'll have to say goodbye to our flow, but we'll never forget it and reignite not just our thrusters, but also our hopes and dreams. The stars await. Let's Slippi's and the Fedora, powered by Slippi's Aircon technology, take you there. Das funktioniert nicht. I think it's hard to say, the people have spoken. But I thought you said it wasn't a vote. It's not. I just happened to agree with them. I'm not convinced you're a model is quite up to the rigorous standards we need. Slippi's model shows a lot of vision and attention to detail. It didn't show any attention to detail that matters. Just sparkles and... I think it's best we, um, put a freeze on your project, Cyrus. Nein! I'm sure you have much more important things to do for the station. No hard feelings, eh, Krius? Hmm, no, it's... Wait, what did you call me? We all want what's best for the Fedora, eh? Wish me luck! Nein! Müsstest du die Größe für den Eisklotz berechnen? So, wow. Too many things that don't add up. And you know how I hate bad arithmetic. Right. Like, why my model failed? And why all the water went with a patently observed option. And why the tube fares keep going up. Yes. And why? Wait. Harold, I really don't think that part is connected. And why did they want us to keep going without letting us know about Slippi? Now that I think about it, there was something weird about his presentation. Yeah, yeah, yeah. He seemed even more infuriatingly self-important than ever. Okay. Name-calling isn't going to get us anywhere. Let's look at the facts. There's the energy shortage that Bridget told me about. We know which start procedure is most popular, even though it'll never work. Oh, maybe they're planning on that. Hmm. Are you positing a secret all-water plan shielded by a deliberately untenable public one? I think so. Yeah, I mean, you mean Slippi's, right? Yes. I mean Slippi's, but yours is clearly missing something, too. I know, but the foundations are sound. I just need to pinpoint what went wrong. Did you double-check the velocity correction? Of course, but the power differential. Yes, yes, I know. But that doesn't mean anything without a variable energy diffusal. So you keep saying, but unless we run the model enough times. If I could just... All models are false, so... All very good and well to say, but we have to base our tests on something. A waste of time without more information first. We'd be the blind leading the... Every new step opens up new vistas. What is that supposed to mean? That if we just start, we'll have more information with which to... I don't know why you're bringing philosophy into this. It's a matter for science. Hey, philosophy is a science of the mind. Well, do you mind focusing on the science of... The variable energy diffusal... Yes, yes, I know. Well, if you know... Then why can't we... Kann ich erstmal mücheln weiter weg, damit ich hier auch... Ja, okay. So, jetzt nochmal die Nachrichten. Nachrichten. So. Triff uns bei den Toiletten und komm alleine. Vergewissere dich, dass dir niemand folgt. Die Lichtwächter. Okay, machen wir bestimmt Sunny. Holla, Harold. Ich habe gründlich dabei nachgedacht, was du mich letztens gefragt hast. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass der niedlichste Fisch definitiv das... äh, viel Flecken, Bäuchlein ist, ohne Wenn und Aber. Hey, Harry. Äh, oh, sorry. Hey, Harry, hab an, äh, an deinen kranken Freund gedacht. Ich, äh, schicke ihn oder ihr positive Vibes, okay? Dank dir auch. Was noch, Harold? Es war schön, dich wiederzusehen. Äh, ist zu lange her. Lass mal wieder, äh, was von dir hören. Du kleiner Trottel. Das war nicht nett. Alter, was wollt ihr denn jetzt einfach mehr? Hä, äh, Harold, Sherry hier. Äh, wie geht es dir? Äh, was gibt's Neues? Shaya. Wer war ein Shaya? Zai, der ist doch grad hier. Äh, hab ich neulich meinen, äh, Oszillator im Labor vergessen? Warum? Hä? Ist doch auch hier, Mann. Ja, 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 ich weiß. Harold, mir ist aufgefallen, dass du dich noch immer nicht um den, äh, undichten Wasserhahn gekümmert hast. Es macht mich verrückt. Ich weiß, dass du beschäftigt bist, aber ein Verstand wie meiner kann nur unter optimalen Bedingungen arbeiten. Lichtwächer und Coco Finn. Ich geh jetzt mal nach Fischi gucken. Fischi ist cool, es tut mir leid. Und ich behaupte, dass mit dem Eis kann nicht klappen. Du müsstest, du müsstest die Eisgröße, äh, nicht darunter, die Eisgröße unter dem Schiff, müsstest du so genau berechnen, ähm, dass das Schiff, wenn's hochkant steht, nicht der Eisbrocken nach links umkippt, nach rechts, nach vorne, nach hinten. Nimmt wirklich gerade hoch und es klappt so nicht. Ich, ich verstehe den Sinn dahinter wegen dem Offtrieb, ja. Das könnte sein, aber das klappt nicht. Der ist sogar gekackt. Das ist Felix, oder? Ja, die Lichtgeber. Was? Die Lichtgeber? Ja, das sind wir. Wow. So, wie viele von euch sind da? Well, es ist nur ich hier. Aber, ich meine, es gibt viele Lichtgeber. Wir sind Legion. Ich bin einer von ihnen. Ein wichtigerer. Wow. So, wie wissen Sie, dass du mich vertraust? Ich meine, du kannst. Ich sage, es ist Felix. Wie wissen Sie, dass... Ich glaube, dass du Augen und Ohren überall hast. Sieg informant. Und... Ja, all of that stuff. Du hast du gemmeldet. Du hast du gemmeldet. Du hast du gemmeldet. Du hast du gemmeldet. Ja. Ja. Wie kann ich das proof? Ich bin nicht sehr... Actually, uh... Detective. Actually? When? Oh, just listen. The shaft above here leads to the CEO's office. And we know there's going to be an important meeting happening there shortly. Ah, yes. That shaft is freezing. Thanks to Slippy's new and improved AC. We know. But we planned around it. First, you'll need to procure a small camera. Our intel has narrowed the location of one down to Moro's lab. You'll need to distract her, steal the camera, and make it back to us undetected. Oh. Okay. I think I can do that. Good. Time is of the essence. Meet me back here as soon as you have the goods. Will do. How do you know about the meeting, by the way? A network of hidden informants? Ah, no. We just snooped in the CEO's diary during one of our open door policy days. Oh. Okay. I suppose I'd better get to it. Godspeed's the pre-fish. Wow. I get a call name? Yes. And good luck. Was für ein Fisch sind wir? Zortfisch? Passwort Zortfisch? Klau die Kamera. Das finde ich voll frech. Ich will die Kamera nicht klauen. Das ist ja ein Stehklo. Fällt mir gerade erst mal auf. Kriegst du erst mal, wenn einer vom Dusch kommt, erst mal die Türen rücken, wenn du da stehst und pickelst. Alter, du bist es doch, Felix, oder? Wir achten mal auf die Schuhe. Ein bisschen weitere Hosen unten. Dunkelgraue Schuhe mit schwarzer Sohle. Okay. Ach, Mann. Ich würde sagen, wenn die da diskutieren, sind die noch abgelenkt, dann kann ich die Kamera holen. Lieben. Looking for something, Harold? Uh, um, uh, I am looking for the, you know, the little video camera. Ah, yes. The pentasonic mark II. Ja. If you say so. Have you seen it? Of course I have. What you mean is do I know where it is now? Yes. Do you? Ah, ich brauche wirklich einen Professor. Ich bin zu viel, um dir zu helfen, um dich herumzumachen. Insofern, hast du es nicht zuletzt? Oh, habe ich? Ich werde meine Zimmer checken. Ich bin sicher, es ist nicht da drin. Was? Ich, 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 äh, ich gucke mal in meinem Zimmer, da ist sie bestimmt nicht. So, habe ich die irgendwo bei den Kisten dazugemacht? Nee. War da? Im Regal war. Dingsbums mal genauer an. Fantastisch. Auch wir da sind, Anna. Ist da auch ein Film dran? Tüdelülü, ich bin wieder weg. Dieser Ich-Bau, das ist Felix. Felix, ich bin wieder da. Okay, here you go. Let's see. Yes. Perfect. Let me just make a few quick modifications. Uh, what's all this? Motocam. Huh? What's it going to do? Mobile secret reconnaissance, of course. Come on, let's get going. We don't want to miss anything important. Okay, so what should I do with it? What's it going to do with it? Then you'll need to use the remote controls to navigate to the studio's office. Then you'll need to find a good view to record it all from. Drive it back out of the shaft and into our welcoming arms. All in the name of truth. Right. Okay. I think I can do that. You don't want to drive? Uh, uh, I would. But, uh, I'm not so good with remote spatial awareness. And, you know, someone like you has experience with control panels. Oh, well, if you're sure. Righto, Motocam. Let's take a look. Let's take a look. Let's take a look. Ah, cool. Wie geil ist das denn? Dies, dies, dies. Njong, njong. Guck mal, ob uns noch eine Maus entgegenkommt. Die stürzen bestimmt auch gleich ab. Da ist die Maus. Okay, da kann ich aber nicht rein. Da ist schon Eis. Ey, hoch Eis. Oh, 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 oh. Hiiii. Immer vereist da. Irgendwann funktioniert auch die Lüftung nicht mehr, weil sich zu viel Eis absetzt und das Ding zu ist, ey. 100 pro. Okay, Madam CEO, I'll be going now. Yes, I believe you shall. Well, Godspeed, Schlippmeyer. Godspeed. Yes. Is that Dr. Computer? What? It's me, Castle Chop. The password? Oh, for goodness sake. Must I? Okay, fine. Kutsu-Hung-Shin. Okay. Passwort merken. Das merke ich mir nie. Oh, hello, my loveless. Listen to your beautiful purring. So nearly a perfect harmony, but just missing that one last voice. I'll find you one eventually, wherever you are. Oh, hello, Mäuschen. Oh, Gott. Eine Horror-Ratte hat uns angegriffen. Oh, wow. Oh, gee. What can you see? Don't shut me out here. I'll tell you later. We've got to get to the lab. Slipperyfish, wait. What about the mission? Wait, wait. What did you see? Slipperyfish, you can't go without a debriefing. Come back. Klitschigerfish. Ich will es dir zeigen. Ich könnte mit dir aber nicht reden, sonst könnten wir nichts machen. So, wir gehen zur Frau Professorin. Frau Professorin, Frau Professorin. Du glaubst nicht, was ich gesehen habe. Es passieren Dinge. Professorin, Sli. Oh, hey, Harold. What's got you more jumpy than a caffeinated frog, hmm? Wait till you see this. I'll just get it hooked up. Okay, I'm waiting. Phase D? Dr. Computer? This opens a whole box of questions. If you ask me, it's more of a parcel of intrigue. I wasn't and won't be asking you. Anyway, only one thing is for certain in all this mess. We must continue with the alternative start sequence post-haste. How on Fedora did you get this, Harold? It's a long story, but it all started when I... I'm sure you were very heroic, but it can wait. We've got to act fast. And we should be careful who we trust. Quite so. In fact, Cyrus, I think you should continue your work in the small room downstairs. It's out of sight and should have what you need. Okay. The really small one? Don't whine. Anyway, I have to see Bridget to tell her about all of this. Harold, can you take the box of computer stuff downstairs for Cyrus? Will do. Great. Okay, everyone. Let's get on with it. Okay. The whole computer stuff now bring me. Ah, to Harold. Wohin jetzt? Zu Harold, oder nicht? Äh, zu Cyrus. Meine Cyrus-Kisten. Äh, Morrow möchte, dass ich die Kisten mit dem Computer-Kram runter zu Cyrus bringe. Aber, aber, liebt, nee, er liebt Computer-Kram. Achso. Okay, dann machen wir das. Dok, 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 dok. Ach, ich will mal hier lang gehen, Mann. Halt da. Oh. Hm, but if that equals X minus one, what about... But that would change the square of... Um, Psi? Hm? Oh. Oh, yeah. Hey. Hm. I've got this box of computer stuff for you. Oh. Uh, thanks, Harold. Uh, just put it on the table. Sure, you don't need me to stick my screwdriver in anything? Hm? What? No, no, I think it's fine. I was just... Remember when... Anyway, what are you working on? Well, this place isn't exactly my usual setup. I need to expand the filter station control system with these parts. Then I can run the tests I need and access the thrusters... Drat, this is going to be tricky. Different gents of server tech. The old Fedora firewall is blocking me out so that the connections might not talk properly to each other. Oh, no. That'd be lonely. Yeah. Reckon you could go ask Raffi if they can help open a few ports and maybe disable the firewall? I've not a moment to lose. Sure. What should I tell them? Just that I need their system protocol expertise. Appeal to their vanity? Can do. Back soon. Okay. Wo ist denn Raffi? Boah, wo ist denn Raffi? Das ist eine gute Frage. Äh. Wer war Raffi? Wir waren Raffi. Energiesektor, da ist äh, Brigitte aber kein anderer Sozialsektor Wer war denn Ruffy? Boah, das wissen wir jetzt nicht, was steht da nochmal? Irgendwann, warte mal Cyrus wollte, dass ich Ruffy in der Art auch Arcade-Frage ob die Firewall deaktiviert und ein paar Ports geöffnet werden können, hoffentlich weiß Ruffy was das bedeutet, okay, also doch Arcade ja, ich hab nämlich grad schon überlegt Will mit dir noch was Neues bequatschen? Mr. 17 Mr. Halibut Nö, halt wobei Können wir Ne, der war bloß immer im Monat mit dem drehen, ne? Mr. Halibut Was sind die andere Prices? Oh, okay Du hast meinen Arm One of my favorite Prices ist eine signed photo von Madame' CEO Aha Sie ist schreckend eine Power Pose Es ist ziemlich schreckend Was sind die andere Prices? Well, if you're really lucky you might win a month's supply of two tickets Cool Free travel Much as you want What freedom Was gibt's noch? What are some of the other Prices then? It's always possible to win one of the best Prices of them all An audience with the All Water announcer Uh-huh Wine Nibbles And the chance to hear your name or indeed any phrase you desire announced in his own inimitable style You even get a recording to take away with you Welche Prices gibt's noch? What are some of the fantastic Prices on offer? I suppose I can let you in on a smattering of them One delightful winning entitles you to a guided tour of the All Water Tube System full of juicy facts about the construction and statistics about the traffic through it I'll go Thanks Mr. Seventeen Always a pleasure Das mit dem Röhrensystem wäre vielleicht ganz wichtig, wa? Tja Leute, aber weitermachen werden wir in der nächsten Folge von Harold Halibut Wenn's euch gefallen hat lasst mir doch wie immer einen Daumen nach oben und ein Abo da dann verpasst ihr keine zukünftigen Folgen mehr und ihr unterstützt auch mich und meinen Kanal haut rein bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020